Oh, da hat sie jetzt irgendwie auch auf meinem Brust meine Hand. Die soll die Wache ablenken. Wie machen wir es hoch? Mal gucken, was passiert. Versuch das. Ach, sie hat den Brust. Ah, sie hat den Brust. Bewege dich, sobald er weg ist. Es hält nicht lange. Verstanden. Okay. In der Ruhe. War wohl doch nichts. Nee, 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 war nix. Okay, jetzt zwei Wachen. Und dahinter sind noch eine. Erstmal müssen wir da rüber kommen. Und dann vielleicht nochmal die Kiste plündern. Nee, nicht, nicht bei uns selber. Aber nicht bei uns selber, bitte schön. Am besten so weit wie möglich weg. Dein Prisma wäre hilfreich, Sophia. Zeit, etwas Gras zu verbrennen. Was ist das für Rauch? Viel zu einfach. Viel zu einfach. Der ist aber schnell. Echt heiß, was? Verdammte Uniformen. Du kennst den Grafen ja. Schon wieder Fehlalarm. War ja klar. Eben. Nochmal anstecken. Da wird gleich mal zur Kiste kommen. Aber... Okay. Ähm. Ähm. Weil er muss ja weg, damit wir ihn plündern können. Da ist so die Frage, ob die uns sehen, ne? Vielleicht nicht. So. Wir können da, da, da ganz hinten nicht mehr. Ist natürlich wieder... Bescheiden schon. So weit raus können wir nicht. Ne, es gibt nur die beiden Varianten. So. Ach, okay. Sophia, dein Trick würde hier helfen. Fangen wir das Licht ein. Sucht alles ab! Jemand verarscht uns hier! Wer ist das? Geräusche darauf zu hören, und wenn nicht immer. Es funktioniert. Ja, aber irgendwie... Es funktioniert. Wir haben Gesellschaft! Sie sagt Bescheid, wenn ihr was seht. Oh, 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 oh. Ehm, das ist natürlich... Kiki-Kaki. Wir können nur einmal ablenken und dann waschen. Also mehr als zweimal geht gar nicht. Das ist ja bescheidend schön. Bescheidend schön. Also ich lege den Eimer ab. Sophia, benutze dein Prisma bitte. Das brennt schnell. Da müssen wir mal gucken. Rauch, wo kommt der her? Warte, lass ihn erst mal gehen. Viel zu einfach. Oh ne, okay. Ich dachte wir können hinlaufen, aber... Ah, der hat uns gesehen. Shit, 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 shit. So, da müssen wir ihn jetzt... Ja, wir müssen einfach erst mal Ruhe da, ne? Ey, bleibt n' Gras. Esmeralda. Wir müssen... Materialien, Materialien sein lassen. Springt nix, ne? Noch weiter? Da hinten? Dein Prisma wäre hilfreich, Sophia. Es sollte fast Gras zu verbreiten. Also auch steht die auch nicht. Sollte ich mir ansehen. Ja, mach das mal, mach das mal. Los, es funktioniert. Mach das mal, mach das mal, mach das mal, mach das mal. Schnell, 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 schnell. Wieder nichts. Äh, alles voll. Ja, ist klar. Die könnte uns sein lassen. Ich glaube, das mit den Truhen lassen wir sein. So. So. In das Gewüsch da hinten, oder in das? Vom Baum. Befragen, befragen. So, er geht ja wieder zurück, bleibt n' da stehen, dreht sich um. Also mein Werdegang ist dann wieder zu der kleinen Strohinsel gehen. Was hat man denn, wenn er sich wieder umträgt, äh... Ich meine, er ist hier im Rücken, ne? Warte mal. Sophia, dein Trick würde hier helfen. Das brennt schnell. Ne, der brennt nicht schnell. Der sitzt davor, der macht den Code. Der sitzt davor. Geht jetzt. Dein Prisma wäre hilfreich, Sophia. Es sei halt, etwas Gras zu verbrennen. Hä? Hä? Rauch. Brennt der zweimal, oder was? Es ist nicht so einfach. Okay. Er ist abgelenkt, okay. Schnell, schnell, das ist noch eine zweite Flamme. Schnell, die laufen müssen wir nicht. Na gut. Nix. Boah, alter. Ich hoffe mal, dass da erstmal alle nichts ziehen. Kommen wir nicht runter. Wir müssen auch gar nicht runter, wir wollen ja hoch, ne? Da müssen wir... Indem wir nach da locken, wenn es geht, geht nicht. Warte. Die haben nur eine kurze Zeit. Der könnte vielleicht kurz die Kiste... Naja, Terra Luca, ne? So. Schnell, schnell, schnell. Bevor sich umdreht. Dann geht er ja nach da, und dann bleibt er stehen. Aber ob das reicht, die Tür da aufzumachen? Ne, die Truhe interessiert ihn nicht. Warte mal, wir lassen. Versuchen. Versuchen wir, da hinten hin sie lachen. Er ist am Position. Sophia, dein Trick würde hier helfen. Umdrehen. Das brennt schnell. Hey. Guck mal, sie steht und er... Rauch! Wo kommt der her? Ja, komm hier durch die Tür, schnell. Da ist die Tür, schnell jetzt. Schnell, schnell! Komm, mach zu. Das Prisma ist magisch. Ja, aber wir sind noch nicht da. Nee. Und die Thronen haben uns eigentlich auch nicht viel gebracht. Die bringt uns auch nichts. Und das Ding bringt es überhaupt nicht, weil wir... Gut, dann an die Arbeit. Ja, gut an die Arbeit. Ha, ha, ha. Ach, wäre das schön, wenn hätten wir so viel Material, dass wir das hier alles ausbauen könnten. Geht aber nicht. So, was würden wir denn ausbauen, wenn wir es könnten? Das ist in der Lage, hier gehen wir an den Topf voll Ingwer zu töten. Das wäre schön. Aber dann bräuchten wir ja Töpfe, dann müssten wir Töpfe haben. Das Werkzeug, das haben wir ja schon alles voll. Und die Töpfe müssten wir haben. Und die Alchemie bedienen. Das wäre cool. So, jetzt müssen wir erstmal weiter. Hier lang, schätze ich. Oh, ziemlich hoch. Oh. Wow. Bleibt an der Mauer. Los, weiter. Ich sehe nichts. Ziemlich hoch. Mir wird schon lehnt. Ja. Oh. Ach du Schreck. Ach du Schreck. Geht's gut. Scheiße. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Genug ein Stückchen kleiner. Ich will hier weg. Ja. Gehen wir weiter. Wir sind da. Geschafft. Ich kann mich auch nicht so rum. Guck. Geht es dir gut, Ugo? Tut mir so leid. Das war zu riskant. Mir geht's besser. Vielen Dank, Sophia. Runter. Kein Problem. Das ist bloß mein schlimmster Albtraum. Wir sollten etwas laufen. Auf festem Boden. Ja. Tun wir gerade. Geschichten. Leichtfüßigkeit haben wir gekriegt. Freigeschaltet. Moment. Aha. Amisa bewegt sich leiser und will vom Gegner nicht zu schnell bemerken. Wie kriegt man da freigeschaltet frei? Schon die ganze Zeit. Nur wenn wir schleichen oder wenn wir da was machen? Je öfter wir schleichen und da was. Vielleicht werden dadurch denn Erfahrungspunkte. Keine Ahnung. All diese Blumen, die müssen für ihre Zeremonie sein. Ja, deswegen bauen sie auch die Blumen an. Wo, er speichert schon wieder. Ist ja verboten hier, ne? Oder können wir ganz normal laufen? Abspeichern. Er hat abgespeichert. Würde er uns ja hinter der Mauer, oder? Den Köpfer? Also doch Entdeckung. Siehste? Ah, alles voll. Ja, ja, ja. Schwere Rüstung. Oh, oh, ja. Ja. Fehlt ist gut für uns. Entdeckt werden ist ohnehin keine Option. Die bringen uns entweder um oder schmeißen uns von der Insel. Ja. Oh, da ist er noch nicht. Oh, 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 oh. Äh. Äh. Wo lang, wo lang, wo lang, wo lang. Ach, sie können ja mal noch den, das Prisma verwenden. Oh, oh, oh. Komm, wie rumlaufen um die Ecke. Ganz schön viele Wachen für eine Zeremonie. So sehen die meisten Orte aus, nachdem Arno dort gewesen ist. Er ist weder die Zeit noch das Vertrauen wert. Er war nicht immer so. Er war nicht immer so. Wir müssen jetzt hier uns irgendwie durchschmuckeln. Darum. Dem Blumenpfad folgende, würde ich sagen. Da, ablenken. Dein Prisma wäre hilfreich, Sophia. Fangen wir das Licht ein. Der reagiert gar nicht. Wollte den weglocken. Jetzt steht der da und guckt. Ich wollte den weglocken, damit er... Damit wir da zu großen Dings da kommen. Ach, die Kissen sind mir jetzt egal. Der Gewehr spazieren. Und deines Besuchs etwas über den Orden erfahren. Nein, nur über den Sohn, die Mutter und den Vater. Vielleicht, weil er zu alt ist. Vielleicht. Sophia, benutze dein Prisma, bitte. Es sei, etwas Gras zu verbrennen. Dann schleichen wir uns in der Richtung. Der geht nicht. Ehrlich nicht. Was ist das für ein Haus? Nur, der da hinten guckt. Das ist so einfach. Das ist nicht einfach. Der bleibt da stehen. Der blüht. War nur falscher Alarm. Genau. War nur falscher Alarm. So. Vielleicht müssen doch alles rum. Da hinten rum. Der steht da, sieht den qualm ich. Das ist schon ärgerlich. So. Das müssen wir doch da lang. Also so von hinten rum reinschleichen. Der dritte doch gleich wieder rum. Oder? Oder? Oder können wir auch reingehen. War nur noch mehr von Arnus, Leuten. Auf dem Hauptweg ist zu viel los. Umgehen wir ihn. Vorsicht. Schauß, Kerle. Vermiesende, wichtigste Zeit des Jahres. Werden Sie nicht dafür sorgt. Den Gedanken hatten wir auch schon dafür. Dass hier zu viel los ist auf dem Hauptweg. Da brauchen wir uns hinten rumschleichen. Also doch hier. Äh, wo ist er? Der ist doch hier um die Ecke, ne? Bitte anrücken. Uh. Gute Frage. Gute Frage. Oh, 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 oh. Oh, den könnten wir denn nach da unten locken, wenn er uns jetzt nicht erwischt. Damit wir da hinten reinkommen, in das komische Feld. Sophia, dein Trick würde hier helfen. Das brennt schnell. Ja, wenn er weggeht, dann ist es gut. Ja, er ist abgenommen. Ach, wo kommt er her? Wo kommt er her? Von ungefähr. So, schnell. Hier, hier rüber. Los, los, los. Töten dürfen wir keinen. Ohne weiteres. Ja. Äh, wo ist er? Keine Ratten hier, Amicia. Ah, keine Ratten hier. Äh. Oh, da ist noch einer. Wo ist der andere? Da ist er. Wie weit geht er, Freundchen? Wie weit geht er? Okay, da könnten wir hin. Da, wo er gerade steht. Da ist auch noch mal so ein Bursch. Ist nur die Frage, ob der andere ist. Ist nur die Frage, ob der andere ist. Du riskierst ziemlich viel für Leute, die du kaum kennst, Sophia. Du weißt, das musst du nicht. Ich schulde euch was. Außerdem ist das alles einfach viel zu spannend. Na gut, aber bleiben wir vorsichtig. Dann werden wir wieder rüber springen. Wo ist der andere? Ist er schon wieder auf mich nach unten? Ja. Na gut, komm. Der kann mir hinterm Rücken so durchschleichen. Oh, nee, die Kiste jetzt aufzumachen. Noch mehr. Oh Mann, ist das anstrengend. Hoch konzentriert. So, da stehen zwei, ne? Oh, nee, einer. Nee, zwei. Da oben läuft auch noch einer rum. Den können wir hinterrücks umgehen. Müssen wir aufpassen, dass der da hinten nicht. Kauf taucht. Auch schlecht. Siehst du, jetzt kommt der nicht gerade. So, so, so. Alles gut. Igor, träumst du oft von magischen Vögeln und so? Nein, der ist neu. Es ist aber kein normaler Traum. Er fühlt sich echt an. Dann war es richtig, ihm zu folgen. Ja, ja, ja. Geh mal hier. Der Graf will keine Soldaten im Heiligtum. Verstanden? Kapiert. Das wäre ja ein Sakrileg. Der Sohn braucht Ruhe. Keine Waffen. Ja, da unten wäre jetzt falsch gewesen. Glaube ich zumindest. Können wir schön weit weghalten. Ach, da ist noch ein Kornfeld. Korn, Korn ist das hier. Da müssen wir den, den, der da jetzt in der Bombe steht, nach da lochen. Dein Prisma wäre hilfreich, Sophia. Fangen wir das Licht ein. Wenn er da hingeht, dann schleifen wir uns da rüber. Oh, zugelle kommt der Rauch her. Viel zu einfach. Das ist nicht einfach. Viel zu einfach. Sag sowas nicht. So, hier sind wir hinter der Mauer. Da dürfte er uns ja nichts sehen. Falscher Alarm. Und der auch nicht. So, okay. Der mit seinen schwingenden Kugeln. Ah. Ganz schön viele Gegner. Wenn wir hier wieder raus sollen, müssen wir auch immer denn. Für das Land schön kreuzgefährlich. Geruch ver Radio. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 살�BORN application. Ciao.